In dem Weiten der unendlichen Wüste erstreckt sich der Silver State, Nevada. Benannt nach den majestätischen Bergen, die stolz durch die karge Landschaft ziehen, befinden wir uns im wahnwilden Westen der Vereinigten Staaten. Dort, wo die Himmel unendlich weit sind und die Stille durchbrochen wird von entfernten Donnern, liegt ein Ort, der wie ein leuchtender Stern in der Fünsternis erscheint. Es passiert wirklich genau da. Es ist Amerika. Zwischen Militärbasen und den düsteren Geheimnissen des Atomwaffentestgeländes erstreckt sich ein schillernder Sumpf, dessen Glanz nur von seinem blendenden Casinos und seinem exzentrischen Nachtleben übertroffen wird. Doch hinter der Fassade des Reichtums verbirgt sich eine Welt voller Gegensätze. Armut, Kriminalität und Betrug. Willkommen in Las Vegas, der Stadt, die niemals schläft. Hier, wo die Träume groß und die Risiken noch größer sind, beginnt jede Nacht eine neue Legende und jede Dämmerung birgt neue Abenteuer. Herzlich Willkommen im wunderschönen Venedig. Ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Naja, so ähnlich. Ich bin in Amerika, Las Vegas, spontan eingeladen und springe dort für Lars seine Begleitung ein. Als ehemaliger Soldat und Outdoor-Creator liegt mir das Thema nahe, also steht dem nichts im Weg. Was den meisten Leuten nicht klar ist, dass ganz Vegas hier ist aus Pappkarton. Heute gebe ich euch einen exklusiven Einblick in eine Messe, wo sonst nur Behörden und Leute, die irgendwie in dieser Szene arbeiten, mit zu tun haben. Auf 800.000 Quadratfuß, also 74.322 Quadratmeter oder wie auf der Website beschrieben 547 F16 Kampfjets, die Amis tun auch wirklich alles, um das metrische System zu vermeiden, befinden sich 2.500 Aussteller von Socken bis gepanzerte Fahrzeuge. Das Ganze teilt sich in drei Hallen auf und bringt ordentlich Meter in die Beine. Die schiere Größe und Vielfalt dieser Messe an Produkten, Menschen, Raum und Zeit ist kaum greifbar zu machen. Hier gibt es allerlei Knallstücke, kleine alte, ja auch alte und große neue. Simulatoren, Roboter, aber auch ganz normale Ausrüstung, Taschenrucksäcke und so weiter. Einfach für jeden was dabei. Willkommen hier beim Bogenschießen. Wir werden jetzt mal ein paar Pfeile versenken. Beim Bogenschießen ist vielleicht eine leichte Linksablage zu erkennen. Naja, aber dann im Schießkino kann ich meine Erde wiederherstellen und breche den Rekord. Schau mal, der Lars hat heute wichtige Geschäftsmeeting und deswegen hat er sich als BWL-Justus verkleidet. In unserem stetigen Bestreben, seriös und professionell aufzutreten, durchstreifen wir die Hallen und interviewen Aussteller. Hi Nadja, nice to meet you. Hello, nice to meet you. So, tell me something about your company. Cellmark is a optics producer from Texas, yes. We have everything for everyone related to the optics and accessory part. Amazing, thank you for your time. Nice to meet you. See ya. Ja, die SHOT Show 2024 ist zwar primär eine Messe für Schusswaffen, aber auch hier versammeln sich namenhafte Hersteller aus der Textilbranche. Hinter uns der Stand von Tasmanian Tiger. Der absolute Outdoor-Klassiker unter den Rucksäcken ist der Tasmanian Tiger Raid Pack. Jeder, der mit Bushcraft, Survival, Outdoor, Wandern oder irgendwas zu tun hat oder damit anfangen möchte, von den Rucksäcken habe ich mehrere Generationen schon gehabt, benutzt. Und es ist einfach der absolute Klassiker, hat ein gutes Tragesystem, ein gut gepolstertes, ausreichend Platz. Ihr habt es auch auf dem 400 Kilometer Marsch gesehen mit Tom. Der hatte auch diesen Rucksack in Benutzung, weil das Ding kann so ziemlich alles, was man benötigt, kann man absolut nichts falsch machen. Ich verlinke euch den Rucksack einmal und ist ein Affiliate-Link. Wenn ihr dort bei Survival Tech hier kauft, dann bekomme ich ein paar Prozent und ihr unterstützt damit den Kanal. Wir sind hier am Stand von Essay, um ein für alle Mal zu klären, was ist der Unterschied zwischen einem Outdoor-, einem Jagd- oder einem Whatsoever-Messer. I'm a Professor, I can see that. Me too. Kannst du uns kurz erklären, was deiner Meinung nach der Unterschied zwischen den ganzen Messern ist? Wir werden oft gefragt, welches das beste Survival-Jagd- oder Camping-Messer ist. Und die Antwort ist einfach. Es ist das Messer, das du bevorzugst und mit dir führen möchtest. Es muss nicht ein spezifisches Messer sein, sondern vielmehr das, was am besten zu deinen Bedürfnissen passt, solange es ein hochwertiges, scharfes Messer ist, das du bei dir trägst. Wir machen uns weiter auf die Suche nach den wirklich abgefahrenen Sachen und werden auch fündig. Das sind tatsächlich die Kits von berühmten Leuten, zum Beispiel Post Malone, den amerikanischen Musiker, oder Travis Haley und Forward Observation Group. Ich darf jetzt einen Kits von denen anziehen. Du kannst dein Telefon hier anschließen und telefonieren oder Nachrichten verschicken. Also wir loggen uns jetzt in den Roboter ein mit der Anlage hier und dann werden wir ihn steuern, was sehr Spannendes. Okay, so have you played video games before? Sure, I did. Okay, so you go ahead and hit A. Ich würde mich jetzt nicht gerade als stumpfen Materialisten bezeichnen, aber mit einem 300.000 Dollar Battle-Kit über die Shotshow zu laufen, war schon ein besonderes Gefühl. Come on, Bro. Let's do this. Okay. Okay. Some time. Nice to come. All right. Okay, nice to come. So we're just going to release this guy, and then open the door. So watch it kick this out, check this out. Alright. There you go. Oh man. Pretty cool, right? Here, you can just cancel this because he's going to want to run inside. Okay. We're supposed to be sure you want to walk it that way now. Yeah. Awesome, that was awesome. That was awesome. Die Shotshow birgt viele Überraschungen, man weiß nie, was um die nächste Ecke lauert. Ich habe gerade auf dieser gigantischen Messe jemanden gespottet, den ich kenne. Hier finnische Flaggen und ich würde sagen, wir überfallen den jetzt einfach mal an. Ja Freunde, falls ihr euch erinnert an Finish Brutality, wo ich dieses Jahr war, hier haben wir den Veranstalter von Varo Seleka, Yadi. Nice to meet you. Ja, nice to meet you. Wie gefällt dir die Shotshow bisher? Es ist wirklich geschäftigt, viele Meetings, ich habe jetzt gerade das erste Mal Zeit, mich umzusehen. Ein paar coole Sachen, viele seltsame Sachen, ganz normal. Ich wollte mich noch bedanken für die Einladung zu eurer coolen Party im Mop-Museum. Wir befinden uns jetzt im Untergrund des Mafia-Museums in Las Vegas. Lars, willst du vielleicht Foodblogger werden? Die Örtlichkeit war gut gewählt. Wenn ihr mal nach Las Vegas kommt, schaut es euch an. Wir haben die Museumstour gemacht und das hat uns die Augen geöffnet. Das ist mein Reisetipp für euch. Drei Augenöffnungen, also das ist mein Reisetipp für alle. Awesome. Danke, für uns. Danke, have a good show. Wir sind hier am Stand von Spyderco und hier werde ich jetzt einmal mein Messer schärfen lassen. Ja, das ist ja so. Danke, ha ha ha. Ja, danke, ha ha ha. Ja, danke, ha ha. Ja, danke, ha ha ha. Danke, ha ha ha. Danke, ha ha ha. In Messen sind einfach das Letzte. Hör auf! Mittlerweile hupen wir einfach alle aus Langeweile. Wir haben bestimmt schon 25 Meter geschafft. Oder Yards. Hotdogs per Freedom. Und dann hier 30 Füße links abbiegen. Neuf! Wir gehen jetzt zu... Ganz kurz, ganz kurz. Was, was, was? Entschuldigung. Es geht sofort wieder los. So Freunde, es ist 18 Uhr. Wir stehen seit einer halben Stunde hier. Wir sind jetzt noch in der achten Etage. Fahr nach Las Vegas haben sie gesagt. Es wird super haben sie gesagt. Erlebst du was? Erlebst du was? Ja, ja. Nein, wir rufen nicht. Ein kurzer Eindruck von einer langen Reise. Da kommt noch einiges mehr. Wandern in der Wüste, Roadtrip von L.A. nach Las Vegas, der krasseste Outdoor-Shop und so weiter. Das Kapitel Amerika ist noch nicht beendet. Daumen hoch, Abo raus und Glocke an, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ihr seid die Besten und ich bin der Manu.